Schrott, Platz und direkt vermissen, Umschlag. Finde ich cool. Ist doch nicht meiner, aber egal, nehme ich. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele Punkte es dafür gab. Und da ist der nächste. Ich bin mal so frech. Hallo? Zehntausend. Das schmeckt. Was ist denn das für eine komische Gen-Verteilung hier? Äh, hallo? What the fuck? Ich möchte nicht darüber reden. Hä? Bin ich blind? Ich bin komplett blind. Never mind. Hallo? Hallo? Wird nicht reichen Komm, zieh die Palette, ich will das Scheiß, den hier weg haben Zieh! Gut Endlich Kriegen wir mal ein paar Gems Haben wir hier Boah, Alter What the fuck? Hahaha Alles klar, weißt du Bescheid Dwight? Na egal, auf den hab ich keinen Bock Liedchen ist ne Nervensäge Der rennt zu weit weg Okay Zieh die Palette, zieh die Schecke die Machst du nicht? What? Okay Wundert mich ein bisschen Also die wollen die Scheckepady nicht wasten Gut zu wissen Ah, scheiße, Boilover Fuck off Weiß gloridol Paul Seid ihr euch noch ein bisschen mehr auf den Sack gehen? Ahh, zuschauen wir da Wo ist denn der? Ach, da. Ach, Mann. Egal. Palette weg. Weg damit. Wir gehen zurück in den Keller. Keller ist was Schönes. Außerdem geht er weiter hin. War die jetzt am Haken? Ich weiß es. Ich glaube schon, oder? Nee, geil. Candy Strike. Nö. Den Gym würde ich gerne wegkriegen wollen, hier. Was? Was hat denn der Typ für Lack gefressen? God, oh 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 God. Den kriegst du. Ja, ist mir egal. Bullshit hit. Schade. Oh, der Dwight weiß, was er tut. Hat dir ja voll was gebracht, Jane. Mist, was haben die denn hier für Lack gepresen? Ja, hast du ganz toll gemacht. Weißt du nur, was er das trinkt? Gar nichts. Okay, es sei denn, D.B.D. sagt Nö. Wow, meine Nase juckt. Nummer zwei. Spaß hat er auch, ne? Oh, der ist doch schon wieder los. Weißt du was? Wenn du mich so dumm anklickerst. Wenn du mich so blöd anklickerst, Madame, dann bist du weg vom Fenster. Ganz einfach. Nicht vom Berg runterspringen. Nicht vom Berg runterspringen. Alter, was ist denn, was war denn das? Ich bin gerade aus dem Spiel getappt. Wie denn das? Der passt richtig gut auf, der Kerl. Zwei. Zwei. Wir plattlasten das aus. Oder du scheiß rein, why not? Warum nicht? Nämlich. Ach, hier sind beide. Oh, hallo. Was ist denn? Was ist denn? Geht's dir gut? Was war das? Nimm mich mit. Na, wer will den Dwight up hingehen? Der hat sich geheilt. Das mache ich gleich wieder zunichte, Schätzchen. Was? Ach, komm. Das selbe Spielchen nochmal. Die Strike? Nimm mich. Wie bei Fressen jetzt als im Endgame. Gehe ich jetzt noch zurück. Ach, der macht das richtig gut. Der macht das richtig gut, der Dwight. Wie schaut's denn aus? Hattet ihr Zeit, Totems zu machen oder sowas? Was war das für eine Kunstmineer? Wow. 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 0815-Trick, Schatz. 0815-Trick, Schatz. Ach, da hat er hier noch diese starke Palette. Fuck, mal allein. Die ist ganz schön schnell, oder könnte man das nur so vor? Habe ich hier einen Leg Switcher für so einen Scheiß? Dann musst du aber schon besser machen. Hä, was hat die für einen Ping? Ist aber okay. Verstehe ich nicht, muss ich dich verstehen. Okay, ja, da passt jetzt raus. Hä? Da habe ich die Jane gerade verwirrt. Wir machen jetzt sowieso den letzten Jane an. Von da her. Es ist egal. Hast du noch ein E? Soll das werden, wenn es fertig ist? Das ist ganz schön dumm, Jane. Nein, meinst du nicht auch? Ach komm, scheiß drauf, ich habe keinen Bock auf diese Spielchen. Mö, 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 mö. Ach, die hängt zum Ersten, ach du Scheiße. Vielleicht hätte ich dann doch zuerst einen Dwight aufhängen sollen. 24%, gut. Ich krieg dich trotzdem an den Haken. Oh, guck mal, der ist nicht so weit weg. Ich hab sogar noch mehrere... Drei Stück zur Auswahl, ist das nicht fein? Tschüssi! Tschüssi! Ich kann nicht mehr treten. Leech ist halt eben echt voll die Nervensäge. Boah, was war das eben? 96.000! Alter Schwebe! Oh, nice! Oh, nice! Oh, nice! Oh, nice! Oh, nice!